Was geht ab ihr lieben Menschen hier draußen? Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Wingvie und willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dann abonniert doch gerne und wenn ihr schon Teil der Community seid, dann aktiviert die Glocke. Und wo genau sind wir denn heute? Wir sind natürlich in Amerika, aber wir besuchen einen ganz, ganz bestimmten Ort, den... Walmart! Walmart! Ja, ich würde sagen, lasst uns nochmal da reingehen und mal schauen, was es gibt, ne? Ich habe gehört, da gibt es alles. Alles? Alles. Freunde, hier gibt es sogar auch Diät, Cola. Mit Cherry, normal und mit Blutorange. Ey, hier gibt es so viel Auswahl, ihr glaubt es nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier alles in Übergröße gibt. Nichts in klein, oder Phil? Das Teil ist größer als mein Gesicht, Mann. Dein Kaffee? Gönn dir, gönn dir. Auf Ex. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Alles ist hier größer, die Gänge... Obwohl, ne, das geht ja noch. Obwohl, wenn du das hier kaufst, ist es sogar teurer, als wenn du dir ein großes kaufst. En garde! Ich bin Batman. Ich bin Rick Sanchez. Ich bin Morty. Und das ist mein Morty. Omae wa mou shindeiru. NANI? NANI! Yo Leute, ich habe jetzt gerade so ein cooles Kart bekommen. Und ich kann einfach... Warte, zurück. Also, wir sehen uns dann, ne? Tutut, bitte aus dem Weg, aus dem Weg. Hallo, Hals wird fertig. Können Sie bitte aufpassen? Ciao. Tschüss. Der ist so chillig. Weil ihr könnt einfach rumcruisen. Der ist so chillig. Du wirst das nicht so chillig. Peace. Moment. Moment. Deswegen braucht man einen Führerschein. Ohne Scheiß, wenn ihr bis jetzt noch keinen Daumen hoch gegeben habt, dann wird es spätestens jetzt die Zeit dafür. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Ihr denkt, es ist so peinlich, aber es ist mir so egal. Ich bin in einem Fremdenland. Und ich war noch nie mit so einem Kart einkaufen. Und die sollen alle haten. Oh, ich glaub ich überfadet mal das Kind. Freunde, hier schaut mich einfach jeder an. Ich glaub, das ist nicht so normal, wenn so ein Junge wie ich, der natürlich fit ist, mit so einem Teil rumfährt. Sind sie überhaupt alt genug dafür? Sind sie überhaupt alt genug dafür? Okay. Er bleibt jetzt bei der ersten Ermahnung. Er kann nicht aufstehen. Oh, Junge, das ist ja teuer geworden. Das wäre teuer geworden, Freunde. Also, haltet lieber eure Augen auf. Also, ich hab meine Augen, aber ihr wisst Bescheid. Oh, jetzt überhole ich ihn. Klarer Sieger. Wenn ihr jemals in Amerika seid, fahrt zum Walmart und holt euch so einen Teil. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr auch Spaß hattet, wie wir gerade im Walmart, vergisst. Auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und aktivieren die Glocke, wenn ihr schon Teil der Community seid. Seid auf jeden Fall für die nächste Zeit gespannt und bis dann. Tschü tschü.